Barmherziger Gott, der Weg ins Krankenhaus ist mir nicht leicht gefallen. Und jetzt stehe ich an dem Krankenbett und mir fehlen die Worte. Sich nur über das Wetter zu unterhalten und irgendwelche Floskeln auszutauschen, erscheint mir schal und unangebracht. An diesem Ort sind die Fragen größer als die Antworten. Wird das sonst so Wichtige vollkommen unwichtig? Hier wird deutlich, wie zerbrechlich wir Menschen doch sind und dass wir unserem Leben keine einzige Sekunde hinzufügen können. Barmherziger Gott, gib mir die Kraft, dem Anderen zu sagen, dass wir, was auch immer kommen mag, in dir einen Wegbegleiter haben, der selbst im tiefsten Tal nicht von unserer Seite weicht. Amen.